Und da sind wir. Episode 2. Biete kein Obdach. Oh wow. Stückchen sind wir schon weg. Ja. Ich wollte es nicht riskieren, dich zu verlieren. Okay. Beim nächsten Mal. Aber hast du das nicht früher erwähnt? Okay. Hm. Hm. Ja. Oh wow. Ist das ein Signal? Ja. Aber warum? Haben die noch mehr? Oh Gott. Oh. Das ist klug. Und was machen wir jetzt? Ich meine, wir könnten uns dadurch kämpfen. Wow. Das war aber ein glücklicher Schuss. Okay. Wow. Sniper? Ernsthaft? Das hätten wir mal früher wissen sollen. Mhm. Wow. Oh Gott. Was ist los? Unter dem Stift. Meine Güte, wie schrecklich. Wie schrecklich. Wow. Mein Wow-Counter geht auch durch die Luft. Aber cool, dass sie auch die abschießen. Wie werden wir das tun? Ja. Es ist nicht, wie wir einfach durch die Dinge gehen. Doch. Wir haben nämlich jetzt einen. Ja. Ihre Technik. Hm. Widerlich. Aber leider bleibt uns nicht viel übrig. Erstmal der Arm. Und tschüss. Oh. Mh. Lecker. Fleischig. Wow. Jesus Christus. Ja. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Gerade mit dem schönen Rauszern. Wow. Das ist auf jeden Fall eines der blutigsten Spiele, die sie bisher gemacht haben. Jetzt sind wir sicher. Allerdings, der Sniper müsste jetzt gerade schießen können. Oder er muss nachladen. Jetzt alle so. Hä? Hä? Hält doch gar nicht. Lass uns mal zurückgehen. Haha. Let's get close. Let's get close. All right. As long as we don't want to enter here, we'll be fine. sehr gut. Aber das ist jetzt sehr unrealistisch, dass der Sniper uns jetzt nicht mehr trifft. Na, weiter. Immer schön weiter. Ganz entspannt und ruhig. Nur im Notfall kämpfen. Wow. Jetzt würden die uns helfen. Mehr als sie uns gefährden. Oh. Oh, komm schon. Uff. Gerade noch so. Komm schon. Die sind nicht da. Michonne, alles ist gut. Einfach weiter. Was sehen Sie hier? Es ist nichts. Es ist nichts. Nicht in diesem Augenblick. Es geht einfach nicht. Bremsen. Vorfahrt gewähren und dann geht's weiter. Äh. Jetzt sind wir so langsam auch da, wo wir hin sollen. Ein bisschen im Wald. Hinter der ersten Baumlinie ist man dann schon ein bisschen sicherer vorm Sniper. Puh. Just be glad it did. Mhm. Wirklich. Ja, okay, aber die haben einen großen Nachteil. Die müssen erstmal durch die ganzen... ...Viecher durch. Jetzt müssen wir rennen, ja. Puh. Mann, Mann, Mann. Nur auf der Flucht gerade. Hör auf, auf mich zu schießen. Ich bin doch in der Ladosequenz. Naja, gut. Die Crew muss warten. Wir werden zurück, wenn Dinge kohlen. Es ist besser nicht lange dauern. Du magst nicht das Gefühl, dass O'Klecht zu verurteilen ist. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Aber du wirst ihn nicht lieben. Wenn uns keine andere Wahl bleibt. Oh Gott, wirklich? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber okay. Das sagst du? Ich gehe auf die Weg. Das wird funktionieren. Wie können wir raufklettern? Wie müssen wir das aufklettern? Bevor sie das jemals gemacht? Aber ich glaube, wir haben nicht genug Zeit. Ich meine, es ist Metall. Auch wenn es schon ein bisschen gerostet ist, hält das noch wesentlich mehr aus, als man denkt. Oder auch nicht. Ach, nö. Ich kann mir schon vorstellen, wenn hier jemand abrutscht, diese ganzen spitzen Enden. Das wird nicht gut werden. Bitte nicht. Bitte lass alle mal glimpflich durchkommen. Ich nehme links. Wenn es geht, nehme ich links, links, rechts, links. Okay, anscheinend muss ich mich nicht nur einmal entscheiden. Oh. 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 Ah, festhalten. Oh, wow. Wirklich, das ganze Metallgerüst. Wir hätten den Weg nehmen sollen, aber wirklich. Ich habe das. Ich werde dich auf dem Kopf treffen. Egal, was man klickt. Ist da ein Seil? Oh, nein. Und die nächste Action-Szene. Und rüber. Gut, dass der Typ anscheinend keine Waffe bei sich hatte und schießen konnte. Oder schießen konnte. Okay, äh, links. Von mir aus natürlich gesehen. Oh Gott, wenn das Ding jetzt anfängt zu kippen, dann... Oh, komm schon. Oh, wow. Ja. Er schießt sofort. Oh, er hat keine Money mehr. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr. Okay. Oh. Ah, es werden immer mehr. Oh, oh, oh. Trifft's ganz gut. Die ersten versuchen echt rüber zu gehen. Ja gut, jetzt haben wir auch nur noch rechts. Oh, komm schon. Ja, das dachte ich mir schon. Oh, nein. Nein, 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 nein. Der Typ ist auf jeden Fall tot. Sam, jetzt. Oh. Ja, der eine hat's nicht geschafft. Ziehen, 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 ziehen. Nicht, dass sie noch mal getroffen wird. Oh, nein. So, aber es sah so aus, als wäre es nicht das Allerschlimmste gewesen. Also ein Schulterschuss ist zwar sehr unangenehm, aber nicht tödlich. Naja, wenn er halbwegs verarzt wird. Oder ist das mehr so... ...obere Brust am Herzen? Oh. Nee, nee, nee. Aber jetzt wissen sie ungefähr, wo wir hinwollen. Das ist ganz schlecht. Oh, Mann. Das... Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich versucht hätte, Pete da zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass es viel besser ausgesehen hätte. Oh, Mann. Oh, Mann. Das sind eine Menge. Ja, komm. Das ist jetzt kein Problem. Tschüss. Der ist aber nicht tot, ne? Ja. So hat sie also angefangen. Was hast du gestohlen? Oder dann hast du wieder gestohlen. Nee, was? Handeln ist schlauer. Naja, fast alles, was man klaut, ist schlimm. Oh, Mann. Emotional, unkörperlich schwer verletzt. Das konntest du nicht wissen. Wir nehmen dich lieber, ha? Nimm lieber meine Machete. Ach, kommt schon. Wie ist deine Familie so? Immer Fragen stellen, immer Fragen stellen. Und deine Familie. Was haben sie lieb? Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, kommt schon. Nicht schon wieder. Okay. Der sieht fast so aus, wie der, den wir gerade eben getötet haben. Sehr gut. Er kann auf jeden Fall gut um sich selbst, äh, sich gut um sich selbst kümmern. Er ist gefährlich hier. Dad war richtig. Er hat gesagt, dass wir niemand von uns verlassen müssen. Walkers sind Probleme. Leute sind schlechter. Ich habe nicht gehört. Vielen Dank.